und herzlich willkommen zu einer neuen folge rocket league diesmal wieder zusammen mit der ganz überrascht ich freue mich dass wieder da bist ich war ja dein netz war weg ja aber es ist wieder zurückgekommen ich habe immer noch meine knüppel vertauscht ich weiß nicht ob das so clever ist und da fährt er los und da macht er schon direkt das erste tor nicht ganz hier lagern von madagaskar ich komme auch ins kino wieder oder ja oh warum ist jemand im tor es ist hier voll der abdränge leer scheiße schokolade weißt du gerade wann der rauskommt irgendwann im dezember er kommt gut ja du bist du nicht da aber ich kann sagen du wirst wie mein booster klonen muss die bin und tschüss und wenn ich mal ein tor mache ja die vorlage ist da war sehr weit bist du gerade bin kaputt gegangen das ist schön wenn wenn frauen irgendwas passiert die sagen nicht irgendwie ja ich sag erstmal kraftausdrücke sondern und dieses ups das kann bei frauen alles heißen alles das kann von das hier im spiel kaputt gegangen sein oder halt irgendwo abgestürzt sind so ein jump run es kann aber auch heißen wenn man der freundin das auto gegeben hat und sie telefoniert mit einem ups dass die karre komplett schrott ist dass sie sich umbauen gewickelt hat oder ähnliches blödsinn das ist das frauen ups ist so ein universal ding genau wie dingens und ähm dingens und boomens du weißt schon was nein mein controller ist leer ich wusste dass es passiert ja schließt das kabel an ich bin dabei ich bin nicht so schnell ich bin eine frau oh es geht weiter ja der fall ist da oh ja und das o das o bei einer frau heißt auch immer irgendwas negatives kann man sich schon mal festhalten so als 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 jünger mann sage ich mal ups wenn man irgendwas gemacht hat und die frau oh sagt egal welchen tonfall es ist nie positiv oh ja was machst du denn da ja soll ich meine nummern ausforschen vielleicht ja so ich hab mir mein kabel fest was du hältst deine kabel fest ich bin habe hing mit mein kabel fest nicht obtain mir schon wieder die bus mach was mach doch was cambiere mich was meine muss geklaut du was Nein �를 jener suffi komm jetzt machen wir ein tor dabei 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 sein ja schon mal geschafft warum und dann versuch mal erst jetzt beim nächsten spiel tauscht du mal seine knöpfe spring 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 sprang sprung den sprungknopf und die busknopf und dann gucken wir mal wie du klarkommst warum machst du das denn auch wenn man dann in der luft besser kontrollieren kann man muss erst mal angewöhnen ich hab einen kaputt gemacht ja so was kann ich schon geile scheiße ich gebe dir eine vorderung so schön hoch im fliegeton ich habe mal zurück gedacht ich habe gedacht ich spiele mal zurück ich spiel mir auch ein zusammen hier es ist mir normal echt das war ich doch wir können sagen dass man vielleicht mit an sagt doch dass du fliegst fliege das hast du doch kommen sehen nein 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 sehr interessant die beiden allerdings rüberschulen die fruste wäre ganz geil bei denen ich doch gerade schon dabei ich habe es fast hingekriegt schubs da nicht ihr welcher sack das ist das erste spiel das zweite verlieren wir auch er war auch selber 2 ich bin nur brunze 2 wegen dir steige ich noch ab hier ich habe mehr punkte als du ich habe auch mehr glück gehabt als ich dieses spiel in den unteren rennen wo wir uns hier rumtümmeln das ist alles glücklich das ist kein können können ist das denn können könnte es denn das gold oder so ne mehr als gold das ist dann können das hier ist echt glück das war nicht verstanden aber für etwas ekliges gewesen dann einfach so luft so in die wangen den links da rein und dann so raus heißt ja knapp fuck also hast du gepupst sozusagen guck mal das hab ich gemacht guck dir mal die bilder von den beiden an kannst du das nicht ich lege mir Schokolade mal oh guck mal wie gut ich bin glück oh musst du mir meine glücklichkeit denkst du musst da zerstören deine was wirklichkeit deine glücklichkeit machen sie das beste aus machen sie das beste aus machen sie ein tor lass ihn raus den tiger zeig ihnen dass du es kannst weiter singe ich jetzt nicht weil das wäre werbung war das für diese kelloks was hast du das gesagt das war eine frage aber keine aussage möglicherweise wäre es für für wahrscheinlich gut schmeckende frühstücksflocken glaube ich nicht danke hast du ja gut gemacht ist aber kein guter Torwart wenn du mich rausschubst ist mir jetzt verarschen oder was ich sorge nur dafür dass du Bonze 1 wieder wirst und dann werde ich wieder aufsteigen ja ist gut ich habe mir wieder den bus ne der typ hat mir den bus geklappt mein bus mein bus mein bus oh mann 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 kein bus ich habe kein bus mein bus Deswegen musst du mir den Ball kaputt spielen da jetzt oder was? Na komm, wir machen jetzt noch nen Tor, ok? Wird ihr sehen, ja? Ja, ich auch. In HD. Ne, in 4K. Oder Ultra HD, ja. Wobei ich gerade in Ultrascheiße aufnehme. In Ultrascheiße? Da bin ich ja beruhigt, dass du nicht in Ultrascheiße aufnimmst. Weil... Das dauert... Ähm, dauert das Rendern zu lange. Oh man, was springt diese... Karine ist da drüber, ey. Kann nicht angehen. Oh man, nein! Mach's weg, mach's weg, mach's weg! Mann, Mann, Mann! Könnt doch schon wieder so nen Dreieck... ...onanieren. Was? 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 Kann wie wenn... Wolltest du meine Haare vor meinen Augen? Jetzt kann ich nicht gucken. Kann mir nicht passieren. Was? Dann machst du wieder Facecam? Sehr gut. Mach ich was? Facecam! Weiß noch nicht. Wenn du irgendwann mal wieder aufgeräumt bist. Ne, aufgeräumt ist sogar diesmal. Wenn irgendjemand explizit danach fragt. Hab ich jetzt. Irgendeiner der Zuschauer. Ich bin Zuschauer. Ich bin Zuschauer. Ein Zuschauer mit dem ich nicht zusammen spiele. Okay, ich will auch mal spielen. Kannst auch so nen Fuku haben. Das ist glaube ich einfacher. Ich will kein Foto. Jetzt bin ich auch ein bisschen enttäuscht. Heute habe ich kein Foto für dich. Wollen wir noch nen Tor machen? Wir? Oder die? Ja, wir. Können wir versuchen. Ja, kurz. Da war die Vorlage. Mach was draus. Ja, immer ich. Ja. Wieso greifst du da jetzt nicht an? Kann nicht sein. Ja, Scheiße. Schade. Ich war für ein Gegner-Tor eigentlich nicht. Jetzt haben wir auch mal gerade so gewonnen, wa? Ja. Uh, wer vor der Spieler. Du, 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 du. Ich steig trotzdem nicht auf. Wir haben jetzt glaube ich drei Spiele hinterher gewonnen. Weil wir da vorher von der Aufnahme ja schon eins hatten. Ich bin nicht aufgestiegen. Ja, wir haben ja auch zum stück wieder verloren. Das macht das ja wieder kaputt. Ne, ne, ich habe ja gesagt, wir haben drei Mal hintereinander gewonnen. Das Spiel hier verloren, oder was? Das haben wir doch jetzt gerade gewonnen. Das jetzt, aber das doch vorher nicht, oder doch? Doch, oh. Sicher? Ich glaube, wir haben jetzt zwei Mal gewonnen. Ja, wenn du das sagst, dann wird das wohl so gewesen sein. Ich glaube nicht. Ich glaube, wir haben das erste verloren. Kann auch sein. Zwei zu eins verloren. Ja. Okay. Das war wieder Chaos pur und keiner wusste, was los ist, aber egal. Das ist der Standard. Also, wo wir gar nicht viel Modus Chaos hatten, ne? Das müssen wir wieder machen jetzt. Egal. Gut. Habt euch. Glas. Ja. Kipp mal dein Glas um. Kippst du noch in den PC rein, dann kannst du den jetzt gar nicht mehr spielen. Sehr schön. Ja, ich hab vergessen, dass mein Gamepad am Kabel dran ist. Da hab ich einmal so ran gezogen und dann... Ist das so kurz das Kabel? Nö, aber irgendwie war das so irgendwo rumgewickelt. Oder sitzt du gerade im Ballzimmer zum Spielen. Kann ja sein. Weiß ja nicht. Gut, ich hoffe, ihr habt jetzt ein bisschen Spaß gehabt bei unseren Chaos-Gedönsee heute. Es war schön, dass die Erdpatente wieder dabei war. Und ich hoffe, dass ihr auch im nächsten Video... Ja, überleg ich mir noch. Wir noch nehmen. Wie viel man bezahlt. Ich zahle nur Naturalien. So hast du davon. Ja. Ne, wenn er geht. Und ja, habt einen schönen restlichen Montag, eine schöne restliche Woche und... Moda? Klingt wie so ein Hamburg, ja. Moda? Ja, ich komme ja auch aus der Region, ne? Und du ja eigentlich auch fast. Wir hoffen, ihr habt Spaß und macht uns einen Daumen nach oben und ein Abo und so. Macht uns... Macht uns... Ja, macht uns ein Abo. Und in neun Monaten kommen da ganz viele Abos bei raus. Ich bin weg. Danke fürs Schauen. Bye, bye. Bis zum nächsten Mal dann. Und von mir aus auch noch ein schönes... Auf Wiedersehen. Und dann würde ich auch sagen, sehen wir uns im nächsten Video. SKNNNUNFI Gott. Auf jedenísimo. 2rag. Untertitelung des ZDF, 2020